Krasse Flanke, Dardai mit dem 3-2-2, zum Glück sind wir noch hier geblieben, auch für euch nicht, für die E-Sportler, für die Zuschauer nicht, finde ich ganz geil, das System dieses Jahr, großartig, das Spiel, wunderschönes Tor. Ja, stimmt, Hansa, stimmt, die haben gerade, oh, schöner, außenes Schuss von Thomas, Wozinski, 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 jetzt die Entscheidung hier, Nick Woltermann hatte am Ball, der Magier, mit fünf ständigen Skills, was war das für ein Brett, Junge, das ist ja so, aber diese Skills davor sind ja so lecker, gell. Da gibt es, äh, die Ecke, Lothar Matthäus ist da, jetzt Emre Can, Powerschutz mit links, Emre Can, was geht's hier ab, jetzt wissen wir, warum sie ihn spielen, Emre Can mit links, was, nein, 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 das ist der mitspielende Innenverteidiger, 0,03x Goals, lecker, das war doch krass, was war das für ein Screamer, Alter.